Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Das iPhone steht wieder im Büroregal und ich davor. Und wenn ich mich erinnere, wie das war vor etwa 10 Jahren, als ich nach meinem ersten Mitarbeiter gesucht habe, es ist übrigens eine Mitarbeiterin geworden, dann hat sich seitdem enorm viel verändert. Meiner Ansicht nach ging es seinerzeit eher um das Was. Was sollte jemand mitbringen und können und was sollte er dann tun? Und heute steht oft im Vordergrund auch das Wie, also Persönlichkeit, Charakter, Haltung etc. Das lässt sich auch ganz gut verdeutlichen an jemanden, den wir gerade suchen, nämlich einen Senior PR Berater, Klammer auf, männlich, schrägstrich, weiblich, Klammer zu. Und was sollte da mitgebracht werden? Da spielt eine große Rolle, Anführer zu sein, Leute zu begeistern, einzubinden, mitzunehmen, durch das Einbinden zu besseren Lösungen zu kommen, also kooperativ zu führen. Da spielt eine Rolle, nicht mehr in den alten Disziplingrenzen zu denken, sondern dass einem egal ist, wo eine Idee entsteht. Hauptsache es ist eine starke. Da spielt eine Rolle, Rückgrat zu haben, Meinung zu vertreten, sowohl gegenüber den Kunden als auch hier intern. Das brauchen wir und auch ich brauche Widerworte und Meinung, denn richtig gute Ideen entstehen manchmal im Streit. Und wir suchen jemanden, der Wertschätzung zeigt. Jemand, der Wertschätzung aber auch gerne gegenüber seiner Person möchte. Jemand, der Wertschätzung zeigt gegenüber Kunden und Mitarbeitern. Und wir suchen jemanden, der Generalunternehmer sein kann, der also je nach Aufgabe und Projekt die Stärken, die Besten sourced und alle Fäden in der Hand behält. Eine spannende Sache. Hier gibt es mehr Infos zu der Position und Bewerbung auch gerne an mich. Vielen Dank.